Ja, hallo, ich bin Sigrid Halt-Böckmann. Ich habe vor circa zehn Jahren die Ausbildung in kalifornische Massage in Aachen gemacht. Ich hatte zwei wunderbare Lehrer und seitdem habe ich eigentlich nie wieder aufgehört, Menschen zu berühren. Ich bin Traugott Dienes, mache seit etwa 15 Jahren Massage und habe vor zehn Jahren auch die Ausbildung in kalifornischer Massage gemacht in Aachen zusammen mit Sigrid. Wie Traugott schon sagte, wir haben uns vor zehn Jahren in der Ausbildung zur kalifornischen Massage kennengelernt und den Kontakt darüber nie verloren. Jetzt arbeiten wir als Team hier zusammen im Unperfekthaus. Ich bin mittwochs da, den zweiten und den vierten Mittwoch im Monat und Traugott ist jeden Montag da. Ich will die ganze Zeit für dich da sein und wir wollen eine kleine Reise durch deinen Körper machen. Kalifornische Massage rührt dich an. Kalifornische Massage rührt dich an. Was die kalifornische Massage von anderen, von der klassischen Massage zum Beispiel unterscheidet, ist eben bewusster Kontakt und die Präsenz. Mit Liebe und Mitgefühl zu arbeiten, den anderen wertzuschätzen, mit dem was er hat, nicht unbedingt etwas verändern zu wollen, einen geborgenen sicheren Raum bieten, damit etwas geschehen kann. Kalifornische Massage ist auch eine Reise zu sich selbst. Dabei kannst du Körperteile wiederentdecken, kannst mit deinen alten Geschichten in Kontakt kommen und hast die Möglichkeit etwas aufzulösen, dich von alten Mustern zu verabschieden. Kalifornische Massage kommt dir nahe. So nah, wie du es zulassen willst. Kalifornische Massage ist ein Eintauchen in den stillen Ozean der tiefen Entspannung. Kalifornische Massage ist ein Wegschweben deiner Seele. Kalifornische Massage lässt dich wegtreten und abheben. Du lässt dich fallen und fliegst davon. Kalifornische Massage ist ein Zwiegespräch. Du bist nicht ein Objekt, das bearbeitet wird wie ein Werkstück. Du bist Subjekt in einem Dialog der Berührung. Ja, wie geht's dir jetzt Titus? Wie fühlst du dich? Also mir geht's jetzt sehr gut. Ich bin hier ein bisschen aufgeregt hingekommen nach der Arbeit und das war sehr entspannend, sehr angenehm. Und was sehr interessant war, war auch das Vierhand-Thema. Hast du dich gut aufgehoben gefühlt? Sehr gut. Warst du sicher? Ja, sehr sicher. Die Energie noch ist spürbar. Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Das freut mich. Theresa von Avila sagte, Tu deinem Körper Gutes, damit die Seele Lust hat, in ihm zu wohnen. St. Arbel. Schicksaluna rote. Eine Reaktion. Im Film. Er hat sich die Zwiegesprächungs-Rüste-Geläge. Und er hat sich die Zwiegespräch und die Zwiegespräch. und im Film. Und er hatte sich die Zwiegespräch. Um das in einem Film. Ich bin jetzt beschrieben,